Heute testen wir sofort, welcher Lerntyp du bist und wie du daraus dein Lernen besser gestalten kannst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ich persönlich war noch nie so ein großer Fan von Lerntypen, muss aber wirklich auch eingestehen, dass ich immer mehr merke, dass dieses Thema doch wichtig ist. Es ist definitiv niemand, nur ein konkreter Lerntyp, aber wir Menschen sind alle unterschiedlich und lernen dementsprechend unterschiedlich gut und vor allem auch auf unterschiedliche Weisen. Deswegen ist es für dich super gut zu wissen, zu welchem Lerntyp du am ehesten neigst, damit du dein Lernen so optimieren kannst, dass du in kürzester Zeit die meisten Resultate bekommst. Erstens, der visuelle Lerntyp. Der visuelle Lerntyp erkennst du meistens schon an seiner Sprache. Das bedeutet, er sagt zum Beispiel, ja müssen wir mal schauen. Okay, werden wir sehen. Da muss ich mal gucken, ob ich da Zeit habe. All diese Begriffe verwendet der visuelle Lerntyp. Übrigens, nur weil du diese Wörter verwendest, heißt nicht, dass du garantiert ein visueller Lerntyp bist oder nur weil du sie nicht verwendest, bedeutet es nicht, dass du garantiert kein visueller Lerntyp bist. Es ist nur ein weiteres Indiz. Woran du aber den visuellen Lerntyp vor allem erkennst, ist, dass er sich allgemein schon immer Symbole aufzeichnet oder Skizzen macht. Viel mehr als sich vielleicht Dinge einfach nur aufzuschreiben. Und das ist auch gleich die erste wichtige Sache, die du als visueller Lerntyp beachten solltest. Und zwar für dich ist Lesen selbst gar nicht so wichtig. Auch zwangsläufig das Zuhören im Unterricht ist schon ein nicer Nebeneffekt, aber du sollst auf jeden Fall selbst immer damit arbeiten. Was für dich am besten funktioniert, ist, wenn du mit Diagrammen, Skizzen, Tabellen und so weiter arbeitest, dass du wirklich die Sachen vor dir hast und die irgendwie sozusagen auch fotografisch abspeichern kannst. Zweitens der auditive Lerntyp. Den auditiven Lerntyp erkennst du in Bezug auf die Sprache meistens an Sätzen wie, hey, ja, das klingt gut, okay, würde ich mir mal anhören. Und auch das wieder nur ein Indiz, keine hundertprozentige Korrelation, also es ist keine Garantie, dass es so oder so dann durch die Sprache ist, nur eben ein weiterer Hinweis. Woran du den auditiven Lerntyp sehr gut erkennst oder auch vielleicht selbst merkst, ob du einer bist, du kannst extrem lange zuhören. Also auch gerade in Doppelstunden und wenn der Lehrer ewig erzählt, während alle anderen irgendwie abschalten, für dich ist es relativ entspannt, da zu sitzen und einfach nur zuzuhören. Und du kannst dir das dann auch relativ gut merken. Sprich, selbst wenn ihr in einer Stunde überhaupt keine wirklichen Übungen gemacht habt oder man gar nichts mitgeschrieben hat, der Lehrer einfach nur über irgendwas erzählt hat, kannst du es trotzdem am nächsten Tag schon sehr gut wiedergeben. Das zeigt, dass du definitiv zum auditiven Lerntyp tendierst und was an deiner Stelle am allerwichtigsten ist, ist, dass du dir die Hefteinträge nicht nur aufschreibst und sie lernst, sondern dass du sie vor allem auch wirklich mit einer App irgendwie auf dem Handy irgendwie aufnimmst und dir immer wieder den ganzen Stoff auch nebenbei anhörst. Das empfehle ich ja auch in der AI-Methode, das Video findet ihr hier rechts oben, die komplette Lernstrategie, die man aktuell so finden kann. Und da habe ich ja auch als allerletzten Schritt in Bezug auf viertens Audio gesagt, dass du dir deine Hefteinträge einfach mal aufsprechen solltest und dann nebenbei immer wieder hören solltest. Das war mehr so ein Add-on, einfach weil ich weiß, dass man das einfach dann neben dem Abspülen, Aufräumen, was auch immer nebenbei machen kann und so keine Extrateit ins Lernen investieren muss, aber gerade wenn du der auditive Lerntyp bist, dann solltest du da extrem starken Fokus darauf haben und fast keine Vorbereitung machen, ohne dass du es wirklich dir auch immer wieder nebenbei anhörst. Drittens, der haptische oder auch kinästhetische Lerntyp. Das ist der Typ, der immer machen will. Das merkst du zum Beispiel in der Sprache an Wörtern wie, was müssen wir tun oder wie wollen wir das Ganze handhaben. Und wenn du der haptische Lerntyp oder auch der kinästhetische Lerntyp bist, dann liebst du zum Beispiel Experimente. Ja, wenn du zum Beispiel in Chemie selbst irgendwas brauen kannst oder wenn du in Physik irgendwelche Kuhlen gegeneinander klatschen lässt, das liebst du. Was für dich am wichtigsten ist, ist, dass du auch nicht zu viel ausschreibst, nicht zu viel zuhörst. Solltest du natürlich auch trotzdem alles tun, ist natürlich auch hilfreich für dich, aber du solltest unbedingt darauf nicht fokussieren, dass du ganz, ganz schnell ins Learning by Doing kommst. Sprich, ich bin ein ganz, ganz großer Fan beim Lernen, immer sofort in die Anwendung zu kommen. Das ist gerade speziell für dich nochmal wesentlich, wesentlich wichtiger. Sprich, bevor du dich langweilst wegen irgendwelchen Definitionen oder sonst was, weil damit kommst du einfach überhaupt nicht klar, versuch einfach sofort Aufgaben zu machen, mit denen wirst du nicht klarkommen, weil du es noch nicht richtig gelernt hast. Aber versuch sofort die Aufgaben zu machen und frag dich dann speziell in den Aufgaben, was verstehe ich daran noch nicht? Geh dann wieder zurück zu den Hefteinträgen, die dich sonst langweilen würden und hol dir die Informationen raus, die du brauchst, um wieder in die Umsetzung zu kommen und setz dann die ganze Zeit immer nur um, dann wird dir nämlich vor allem auch nicht der Spaß vergehen. Viertens, der kommunikative Lerntyp. Den merkt es zum Beispiel an Sätzen wie, darüber sollten wir sprechen. Er ist der Lerntyp, der es einfach liebt zu diskutieren. Wenn es in einem Fach darum geht, irgendwie verschiedene Positionen, Seiten, Meinungen abzuwägen, ist immer ganz vorne mit dabei, starte diese Diskussion vielleicht sogar, weil er einfach so am besten lernen kann. Wenn er wirklich darüber spricht, wenn er sich in hitzige Debatten mit seinen Mitschülern da irgendwie einklingt und man dann irgendwie sich so Argumente hin und her schmeißt, so funktioniert er am besten. Wenn du merkst, dass du an Diskussionen super viel Spaß hast, dann ist es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du der kommunikative Lerntyp bist und dann ist es für dich super wichtig, dass du dir Lerngruppen, Lernpartner und so weiter suchst. Und einfach Menschen, vielleicht auch den Lehrer, mit dem du über den Stoff sprechen kannst, weil du es so am besten verinnerlichst. Und gerade auch, wenn du nur alleine daheim bist und gerade niemanden da hast und deine Mama vielleicht keine Zeit hat, gerade mit dir über geografische Themen zu debattieren, dann würde ich dir empfehlen, diskutiere doch einfach mal mit dir selber. Ist am Anfang saukomisch, aber eigentlich gar nicht so ungewohnt nach einer gewissen Zeit, wenn du dich einfach nur hinsetzt und sagst, naja, also in meinen Augen sollten wir die Wirtschaft schon so und so ankommen. Ja, aber die steuern und bla, also wirklich, tu so, als wärst du zwei verschiedene Personen, lass die eine Person reden, lass die andere Person reden, weil dadurch erholt sich das Ganze bei dir wesentlich besser in dein Gehirn ein. Fünftens, welcher Lerntyp bist du? Das sind nämlich schon die ganzen vier Lerntypen, die es so offiziell in Anführungsstrichen gibt. Und jetzt interessiert mich natürlich, welcher Lerntyp bist du? Schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch noch andere Tipps, die dir einfach selbst geholfen haben als kinästhetischer, haptischer, ist ja das gleiche, aber auditiver, kommunikativer oder visueller Lerntyp. Schreib das gerne in die Kommentare, sicherlich auch für die anderen. Super, super spannend. Ganz wichtig an der Stelle nochmal, du bist nicht nur ein Lerntyp. Ich zum Beispiel glaube, ich bin definitiv sehr stark visueller Lerntyp, gleichzeitig aber auch haptischer Lerntyp. Ich zum Beispiel merke, wenn ich mir einen Stoff noch nie gehört habe und auch noch nie angeschaut habe und mir das dann nur anhöre, ich kann mir das nicht abspeichern. Aber, wenn ich zum Beispiel was schon mal aufgeschrieben habe, selbst damit gearbeitet habe, was visuell gesehen habe und es dann immer wieder mir anhöre, dann kann ich das, was ich höre, mit dem, was ich gesehen habe, verknüpfen und so funktioniert es dann sehr gut für mich. Das heißt, seht das nicht so eindimensional, sondern probiert aus, was für euch funktioniert, damit ihr den besten Lernerfolg habt. In diesem Sinne denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.